Ciao zusammen, ich bin Felix. Ich habe lange in der Berner Altstadt gewohnt, fahre fürs Leben gerne Ski, im Sommer treibe ich in der Aare. Ich habe Schokolade. Habt ihr das auch so gerne? Dann entdeckt die Schoggiseite unserer Altstadt und lässt mich dabei von verschiedenen Schoggien verführen. Die Schoggitour wird mit einer Degustation bei Casa Nobile abgeruht. Bei der Schnucki- und Schnäpsli-Tour kommt in der Matenbrennerei hingegen noch etwas Schnaps dazu. Egal ob die eine oder die andere Tour, für die beste Schweizer Schokolade ist gesorgt. So, für viele Mal Schocchi und Schokolade, da bekomme ich gerade Lust auf Tirol. Dann buche ich jetzt eine meiner zartschmelzenden Touren. Bis bald im Schoggimeca in Bern.